Reise mit zwei Unbekannten von Zoe Brisby. Es liest Julian Tenstedt. www.mitfahrgelegenheit.com Profil Vorname Alex Alter 25 Auto, Marke, Modell und Baujahr Renault Twingo 2002 Anzahl der Reisenden inklusive Fahrer 2 Ziel Brüssel Autobahnnutzung? Ja. Gepäckumfang? Klein. Rauchen erlaubt? Alex zögerte. Sollte er bei der Raucherfrage Ja oder Nein anklicken? Entschied er sich für ein Nein, würde das die Zahl der möglichen Interessenten erheblich verringern. Bei einem Ja hingegen bestand die Gefahr, dass er sich ein Mitfahrer aufheizte, der rauchte wie ein Schlot. Ja, besser man klickte Nein an. Allerdings würde ein Ausschluss der Raucher auch eine Diskriminierung bedeuten. In seinem jugendlichen Oppositionsgeist widerstrebt es ihm, sich dem herrschenden Diktat, das die Raucher ausgrenzte, zu beugen. Zuerst waren es die Raucher. Und wer wird dann als nächstes dran? Nein, da klickte man wohl doch besser Ja an. Rauchen? Ja. Tiere? Es war das erste Mal, dass er jemanden über eine Mitfahrzentrale in seinem Auto mitnehmen würde, und allein schon der Fragebogen ging ihm ziemlich auf die Nerven. Im Gegensatz zu den Beweggründen, mit denen die Internetseite warb, hatte er sich eher aus finanziellen Motiven dort eingefunden, als um in den Genuss einer gemütlichen Stimmung zu kommen und dabei gleichzeitig etwas für den Erhalt unserer Erde zu tun. Der CO2-Abdruck war gewiss ein hehres Motiv, aber am Ende war er derjenige, der womöglich einen Kettenraucher ertragen musste. Jetzt also die Frage nach den Tieren. Er mochte Tiere. Also dürfte diese Frage eigentlich kein Problem sein. Aber in Alex' Leben wurde alles zum Problem. Depressiv. Die Diagnose, die der Arzt ihm bei seinem letzten Besuch in der Praxis gelangweilt und ohne jedes Einfühlungsvermögen aufgetischt hatte, war ein Faustschlag ins Gesicht gewesen. Ist das schlimm? Hatte Alex schicksalsergeben gefragt. Eigentlich sind heutzutage alle depressiv. Dann ist das also nicht schlimm. Das habe ich nicht gesagt. Der Arzt hatte seinen Rezeptblock hervorgezogen und dann angemerkt, Ich verschreibe ihnen sogenannte Antidepressiva. Keine mit besonders schlimmen Nebenwirkungen, aber wundern sie sich nicht, wenn sie anfangs ein wenig groggy sind. Eventuell kommt es auch zu Erbrechen und Kopfschmerzen. Aber sie werden rasch merken, dass sie sich besser fühlen. Er hatte das Rezept aus dem Block gerissen und Alex gereicht. Da dieser keine Reaktion zeigte, hatte er hinzugefügt, Ich rate ihnen außerdem, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Und machen sie lange Spaziergänge. Sie können hinausgehen. Was meinen sie damit? Soll ich mich mit Freunden treffen? Nein, ich meine, dass sie jetzt aus dem Sprechzimmer hinausgehen können. Draußen warten noch andere Patienten. Aber Freunde treffen, das ist auch eine gute Idee. Alex hatte daraufhin beschlossen, nach Brüssel zu fahren. Seinen Eltern würde er niemals gestehen, warum er Brüssel als Ziel gewählt hatte. Über das Internet hatte er herausgefunden, dass Alice Laferty dort lebte. Wirklich eine vollkommen idiotische Idee. Womöglich erinnerte sie sich nicht einmal mehr an ihn. Womöglich war sie hässlich geworden und es gab das kleine Mädchen mit den braunen Locken gar nicht mehr, das er aus der Grundschule kannte. Womöglich würde sie ihn nicht einmal wiedererkennen. Womöglich würde er sie auch gar nicht besuchen. Aber immerhin hatte ihn diese Idee zu einer Entscheidung gebracht. Es war der Impuls, den er gebraucht hatte, um seine Lethargie abzuschütteln. Und genau deshalb saß er heute vor diesem dämlichen Formular einer Mitfahrtzentrale. Waren Tiere nun okay? Warum nicht? Aber wenn sein Mitfahrer nun ein Punk mit einem riesigen Hund wäre? Oder ein Gothic-Typ mit einem Frettchen auf der Schulter? Frettchen stanken ganz fürchterlich. Er hatte zwar bereits einen Kettenraucher akzeptiert, aber das hieß noch lange nicht, dass er bereit war, einen Kettenraucher samt Ratte zu ertragen. Also schrieb er, Tiere ausschließlich kleine Hunde oder Katzen. Interessen mindestens drei. Das wurde ja immer schlimmer. Kräutertees, Dromedare und amerikanische Soulmusik. Nein, das konnte er unmöglich angeben. Dann würden alle wissen, dass ein Greis in ihm steckte. Wenn er jetzt schon stundenlang neben einem Fremden unterwegs sein musste, dann sollte es doch wenigstens eine Frau sein. Eine Frau war angenehmer, umgänglicher und außerdem, man konnte ja nie wissen. Ganz schön optimistisch für einen Depressiven, oder etwa nicht? Er schrieb Interessen mindestens drei, Museen, Reisen und Literatur. Diese Auswahl war eine sichere Bank. Männer würden sich nicht angesprochen fühlen. Vielleicht hatte er ihr das Glück, eine schöne Unbekannte kennenzulernen. Sie würden sich auf der Stelle gut verstehen. Ihre Begegnung wäre der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte, die sie später ihren Enkeln bei jedem Weihnachtsfest aufs Neue erzählen würden. Er drückte sich selbst die Daumen und dann auf die Senden-Taste. www.mitfahrgelegenheit.com Profil Vorname Max Alter Geht sie nichts an Ziel Brüssel Reisen Sie mit einem Tier? Nein Rauchen Sie? Nein Interessen mindestens drei Technik Whisky Tour de France Nachdem sie ihr Profil erstellt hatte, warf Maxine einen Blick auf die Profile anderer Benutzer von www.mitfahrgelegenheit.com Es gab tatsächlich jemanden, der nach Brüssel fuhr. Alex. Aber diese junge Frau würde vermutlich eine unerquickliche Begleitung abgeben. Interessen, Museen, Reisen und Literatur. Immerhin würde sie dann keine Schlafmittel benötigen, um unterwegs ein Nickerchen machen zu können. Aber Maxine musste nun einmal nach Brüssel und eine andere Mitfahrgelegenheit gab es nicht. Sie nahm also das Angebot an, denn sie sagte sich, dass ihr nicht mehr allzu viel Zeit bliebe, um ihr Vorhaben durchzuführen. Sie brachte ihre Registrierung zum Abschluss, schickte ihre Anfrage ab, bezahlte und gab ihre Adresse an, denn anstatt einen Treffpunkt anzugeben, hatte die Anbieterin angeboten, eventuelle Mitfahrer direkt zu Hause abzuholen. Ganz schön anständig, diese Alex. Vermutlich eins von diesen kleinen Dummchen, die im Bus aufstanden, um ihr einen Sitzplatz anzubieten oder die ihr beim Überqueren der Straße behilflich sein wollten. Maxine war alt, aber nicht senil. Noch nicht. Sie machte sich keineswegs frohen Herzens auf den Weg nach Brüssel. Noch dazu per Mitfahrgelegenheit. Lieber wäre sie in einer schönen Limousine gereist, mit einem attraktiven Chauffeur am Steuer, wie in Miss Daisy und ihr Chauffeur. Nun, vorerst musste sie sich wohl mit einem offenbar in jeder Hinsicht wohlgeratenen jungen Mädchen begnügen. Sie konnte sich diese Alex bereits vorstellen. Vorstehende Zähne, Gleitsichtbrille auf der Nase, vielleicht sogar mit Klebeband gepflegt, leichenblass durch endlos währende Aufenthalte in Bibliotheken, fettige Haare. Vielleicht konnte sie, Maxine, mit ihren kostbaren Ratschlägen auch das Leben dieser jungen Frau verändern. Alex würde fortan auf sich achten, sich die Haare waschen, Kontaktlinsen tragen und sich besser kleiden. Ja, sie würde ein Topmodel werden, um das sich alle Agenturen reißen würden. Und das alles dank der Dame von der Mitfahrzentrale. Es tat gut, sich auszumalen, dass sie noch zu etwas nützlich sein konnte. Jedenfalls für ein paar Stunden. Ihr wurde warm ums Herz, wenn sie sich ausmalte, dass sie auf diese Weise immerhin eine Spur ihres Verweilens auf dieser Welt hinterlassen würde. Dieser Alex würde der letzte Mensch sein, mit dem Maxine eine echte Unterhaltung führen würde. Klar, in Brüssel würde sie mit den Ärzten sprechen können, aber das wäre nicht das Gleiche. Die Ärzte bekamen jeden Tag alte Frauen zu Gesicht, die sterben wollten. Das war schließlich ihr Alltag. Da gab es keine Nähe, keine Bindung, keine Gefühle. Während es für Maxine doch um ihr Leben ging, wenn sie die Entscheidung traf, aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Alex erreichte die Adresse, die Max ihm angegeben hatte. Mit einem solchen Namen und bei einem Interesse für Technik, Whisky und die Tour de France heizte er sich zwar vielleicht keinen Kettenraucher auf, aber unter Umständen einen Schraubendreher, der während der gesamten Fahrt unentwegt über Motoren, Keilriemen, Bremsbeläge und Vergaser schwadronierte. Angesichts dieser Adresse war er jedoch etwas perplex. Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Natürlich. Man hatte ihn versetzt. Man hatte ihn für dumm verkauft. Warum sollte auch jemand in seiner Begleitung eine Reise antreten wollen? Er parkte am Straßenrand und betrachtete noch einmal das am Eingang des Gebäudes befestigte goldene Schild. Residenz Beau Céjour. Wohn- und Erholungsstätte für Alte, Kranke oder Hilfsbedürftige.